hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von american truck simulator ihr seht wir sind gerade dabei einen western star zu konfigurieren weil den mac wollte ich nicht mehr bin jetzt mal gespannt wie sich der western star fährt ja außen haben soweit fertig innen ausstattung fehlt jetzt noch die machen wir jetzt zusammen das schild braucht man nicht den spiegel haben war das sind die außenspiegel die haben wir auch haben wir hier das ist der da können wir minz bonbons hin tun da mache ich gar nichts dran das ist das schild so fahrer fuß raum stellen wir mal ein paar schuhe hin hier tasche so und dann machen wir lieber die tasche hin da oben drauf capi da kann man kissen hin tun oder ein teddy teddy ist auch gut decke neben magazine magazine oder decken dann decken geht auch machen wir decken hin machen wir usa fahne so und da kann ich glaube ich aufkleber anbringen dann sind wir auch glaube ich schon versorgt was den hier angeht da könnte ich noch ein navi brauchen wir aber nicht wir haben hier ein großes ja dann würde ich sagen kaufen wir ja will ich selber fahren der hier geht hier mit hin müssen wir gleich noch ein fahrer für besorgen so danke für den kauf in unserem haus sehr schön bin mal gespannt wie der sich fährt den western star hatte ich glaube ich noch nie kann mich jedenfalls nicht daran erinnern und wie gesagt er ist irgendwie an mir vorbei gegangen den international habe ich noch mitgekriegt der western star vermute ich mal dass der danach gekommen ist ne ich bin mir aber nicht ganz sicher aber so ein schöner lkw gefällt mir sehr gut äußerlich hatte make aber auch schon aber da gefällt mir auch vom inneren her eigentlich besser so jetzt versorgen wir erst mal den mac weil der braucht natürlich ein fahrer oder fahrerin wenn wir den mikaela gucken wir mal wen hätten wir dann sonst so im angebot wenn die die sieht nicht aus einstellen kann zwar nicht so viel aber das ist egal die lernt die leveln ja auch canvas peter bild um 625 ps jetzt unser 600 das ist schon mal deutlich besser als die 500 die er hier hatte so schön freue ich mich freue ich mich sehr das haben wir endlich das gehen wir aber erstmal pennen ne schlafplatz gibt es ja doch bestimmt auch ja ja da ist ein schlafplatz ach so ich sollte ich war jetzt irgendwie über snow runner und habe auf die bremse getreten um rückwärts zu fahren doch das vom sound her deutlich angenehmer als der mac es sehr sehr viel leiser habe ich den eindruck und die spiegelposition ist so viel besser bei mac muss sich immer so gucken also bin jetzt auf jeden fall schon mal deutlich glücklicher mit dem western star hier so viel sei gesagt und optisch in gefällt mir optisch ob es gefällt mir optisch auch besser dann gönnen wir uns mal eine ruhepause so jetzt mal gerade gucken können was gibt es denn hier drin eigentlich als anzeige hat am active so brauchen betriebsstunden 18 персон 19 ob ich denn die tankanzeige da ist die tankanzeige nicht so gut zu sehen wobei wir könnten wenn ich die richtige taste drücke den sitzen ein bisschen nach vorne machen dann sehen wir das auf jeden fall besser so jetzt sieht man es besser so null meilen 0,9 5 meilen per hours was war das das ist geschwindigkeit wenn ich es richtig sehe ja bleiben wir bei der anzeige machen wir mal licht an und dann brauchen wir natürlich einen auftrag einen auftrag von hier das sieht gar nicht mal so unspannend aus pumpenheber und die route sieht auch gut aus ich glaube den nehmen wir läuft ab in neun stunden das ist okay ne wir nehmen die pumpenheber die gefallen mir auf geht's auf geht's ja handbremse könnten wir noch lösen das wäre unter umständen eine alternative oh der ist vom sound der gefällt mir persönlich sehr sehr viel besser als der meck und der ist leiser beim meck habe ich die helga nicht mehr kaum noch hören können weil der so laut war ach hier haben wir auch ein auftragsangebot das ist wirklich sehr viel angenehmer zu fahren muss ich echt sagen den können wir jetzt mal eine weile fahren denke ich den western star der sagt mir zu der ist optisch finde ich den noch schöner als den meck sogar achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung und wie gesagt der sound ist besser und die spiegel sind so viel besser ich meine ich kann es nicht wie bei den alten bei den canvas oder bei den dings das ich so ein bisschen so mache und dann sehe ich den spiegel richtig gut aber da kann ich mit leben wie der sie hier hat da kann ich gut mit leben da reihen wir uns nicht ein zumal wir eh gleich links abbiegen müssen achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung mhm was ist das denn da für ein zeichen achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung irgendwas wo wir hier jetzt gleich vorbeikommen demnächst links abbiegen zentart ist eine arbeitsagentur ah immer geradeaus ups bis zum bis zur kreuzung sollten wir aber ja schon noch fahren das wäre sehr von vorteil doch den westernstar den mag ich der gefällt mir oh grün grüner wird's nicht achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung ja mit dem sitz ein bisschen nach vorne war natürlich etwas kontraproduktiv für die spiegel aber so sehe ich halt die armaturen komplett ja doch das lenkrad vielleicht was runter tun können wir auch noch nicht aber es habe nur eine position nach vorne das geht ja das finde ich ganz vertretbar ja so jetzt bin ich mal gespannt was wir hier für eine ladung kriegen wir sind fertig wir sind fertig so auftrag genau den will ich genau den will ich okay wir fahren los in welche richtung steht der anhänger jetzt in oder gegen der fahrtrichtung wenn er in fahrtrichtung steht bin ich hier jetzt genau richtig rum jawoll passt sonst hätte ich andersrum fahren müssen angenehmer motorsound der macht so viel aus fertig zum losfahren so ja unsere neue ladung unser neuer lkw unsere neue ladung schön gefällt mir ist auch eine interessante ladung finde ich mit drei drei anhängern hintereinander geht voll klar so wie viel fahrzeit haben wir denn neun stunden ok doch geht noch an dem auto vorbei gerade etwas sorge dass wir den kaputt machen wir gehen nach links ab da ist frei da auch demnächst links sehr schön wie die nach links ab ja es muss nur frei sein ne es muss einfach frei sein es muss einfach frei sein es muss einfach frei sein wunderbar passt wir sind auf tour schön freue ich mich und wir sind in einem schönen lkw unterwegs in einem schönen truck in einem angenehmen motorgeräusch da macht das reisen gleich viel mehr spaß doch mit der western star ist durch aus mainz international fand ich auch ganz schick fahren wir demnächst auch mal irgendwann aber jetzt sind wir erstmal den western star den werden wir jetzt erstmal eine weile fahren dass wir ein paar kilometer oder paar meilen drauf kriegen die 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 aber dürfen zehn meilen mehr aufgefahren nur 55 statt 65 da müssen wir natürlich gucken das ist auch eine schöne landschaft die strecke sieht sehr spannend aus viele viele enge kurven teilweise wenn ich das richtig gesehen habe ist genau das richtige mit unserer ladung exakt das richtige mit einem schönen langen anhänger passt das war auch noch eine strecke die hier so da rechts da wo ich gern mal lang aber das abgesperrt aber die sieht auch interessant aus würde ich auch gern fahren ist gar nicht ob es hier auch so versteckte routen also spannende versteckte routen gibt wie in in montana da gibt es eine spannende versteckte route die anderen sind okay aber die richtig interessante ist halt nur die eine solche hätte ich halt gern auch auf den anderen maps aber oder anderen staaten aber ich glaube da gibt es nicht viel falls ihr da was wisst könnte man natürlich gerne in die kommentare schreiben aber jetzt texas hat wenn ich das richtig bisher mitgekriegt habe auch keine also es hat versteckte routen aber so kleine also nichts wirklich spannendes hier mal eine abkürzung und da mal ein bisschen was aber nicht so herausfordernd wie in montana die eine route die ist halt richtig schick anhänger laufen schön hinterher um die kurve passt bisschen schade dass man bei den modernen hier die motorhaube so nicht sieht das mag ich also das mag ich halt so bei den alten da hat man noch richtig schöne motorhaube vor sich das haben die neuen halt so gut wie gar nicht mehr oder haben sie es überhaupt noch ich weiß gar nicht ob es da einen gibt der das noch hat aber wenn die ansonsten stimmig sind kann ich da auch ganz gut mit leben wie gesagt der westernstar hier gefällt mir jetzt ganz gut haube wäre natürlich noch absolute non plus ultra wenn man die richtig sehen würde tut man leider nicht und ansonsten ist ja aber schick so und wie sehe ist die zeit auch um deswegen sage ich vielen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe euch hatte folge gefallen wenn ja das gerne daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten folge dann wieder in diesem sinne ich sage danke und tschüss bis zum nächsten mal